Moin, ich bin Thies Gorsch, komme aus Rendsburg, bin 25 Jahre alt. Mein Vater und ich, wir wirtschaften hier einen Milchmierbetrieb. 130 Kühe haben wir zurzeit an den Geräten, sind noch nicht ganz ausgelastet. Seit neun Monaten haben wir jetzt Melkroboter, davor hatten wir einen Doppel-Sechster Side-by-Side. Der war knapp 40 Jahre alt. Wir haben uns total modernisiert, dadurch viel mehr Daten, davor hatten wir nur das einfache Melken. Wir sind flexibler mit den Arbeitszeiten, die Milchleistung ist etwas gestiegen durch das öftere Melken. Wir sind jetzt bei 2,8 Melkungen, davor haben wir eben nur zweimal am Tag gemolken. Und die Kühe sind entspannter, die Herde ist entspannter, weil sie einfach machen können, was sie wollen.